Hallo, willkommen bei Appetito. Ich bin Christoph, bin seit sechs Jahren in diesem Unternehmen und wie vom ersten Tag an auch noch begeistert von dem, was die Firma zu bieten hat. Man merkt in jeder Phase, dass das ein familiengeführtes Unternehmen ist und die offene, zugewandte, freundliche Art. Für die mache ich gerne Werbung und ich bin mir sicher, dass du sie bei uns auch finden wirst. Wir bringen täglich Essen zu unseren Kunden, auch wenn natürlich die Fahrzeuge nicht mehr dieselben sind, das eher ein Relikt aus den Anfängen. Als HR Business Partner betreust du verschiedene Standorte in Deutschland, von denen wir aus unsere Kunden beliefern, zum Beispiel mit Individualverpflegung, das heißt Essen auf Rädern, das, was vielleicht die meisten schon kennen. Auch wenn wir uns um viel mehr kümmern, oft stecken Dinge auch drin, die man nicht so kennt. Wer hätte gedacht, dass sich in diesem Auto ein Ofen verbirgt, in dem Essen tagtäglich frisch zubereitet wird und dann direkt an unsere Kundinnen und Kunden geliefert wird. Ja, um das alles möglich zu machen, brauchen wir dich als Unterstützung für unseren HR-Bereich und ich freue mich auf deine Bewerbung. Wir sehen uns.